Was ist Splitting und wie kann man mit dem Bull-Token Geld verdienen? Dies ist ein wichtiges Video, also schauen Sie es sich bitte bis zum Ende an. Dank Splitting können Nutzer Kryptowährungsbelohnungen in Ihrer Smart Wallet erhalten. Sie können alle 24 Stunden eine Belohnung anfordern. Die Belohnung wird an Ihre Kryptowallet-Adresse gesendet und kann sofort verwendet werden. Splitting wird von Millionen unserer Nutzer weltweit erfolgreich eingesetzt. Diese Technologie ermöglicht es Menschen, Profite zu erzielen, ohne dass teure Ausrüstung und umfassende Kenntnisse der Blockchain-Technologien erforderlich sind. Um das Splitting zu verwalten, reicht es aus, ein Smartphone zu haben. Wie beginnt man mit dem Splitting? Schritt-für-Schritt-Plan Ganz einfach. Zuallererst müssen Sie Bull-Tokens in Ihrer Kryptowallet haben. Als nächstes müssen Sie in Ihrer Wallet einen Split-Contract abschließen und Ihre Tokens für mindestens 24 Stunden einfrieren. Die erste Belohnung kann nach 24 Stunden angefordert werden. Nachdem Sie eine Belohnung angefordert haben, beginnt ein neuer Countdown-Zähler und dann können Sie alle 24 Stunden tägliche Belohnungen lebenslang erhalten. Was tut man mit den in Kryptowährung erhaltenen Belohnungen? Die für das Splitting erhaltene Kryptowährung kann auf verschiedene Weise kapitalisiert werden. An einer Börse oder einem internen Tauscher zu verkaufen und in Fiat umzuwandeln. Bald zu wechseln auf eine Debit-Kryptowährungskarte zu übertragen und fast überall auf der Welt auszugeben. Für den Kauf von normalen Waren auf nationalen Marktplätzen zu benutzen. Für den Spot-Handel zu verwenden. Für den Handel von Futures mit Hebelwirkung zu verwenden. Im Spiel-Ökosystem zu verwenden. Oder einen neuen Split-Contract abzuschließen. Und dadurch ihre täglichen Belohnungen weiter zu erhöhen. Wie funktioniert das Splitting, Split-Tokens und Pools? Das Splitting basiert auf einem Liquiditätspool, einem geschlossenen und sich selbst tragenden dezentralen System. Im Prinzip handelt es sich bei einem Liquiditätspool um eine große Kryptowallet. Sie enthält Kryptowährungen, die für Jahrzehnte eingefroren werden. Diese Wallet ist dezentralisiert. Sie hat keinen Besitzer. Sie gehört nur zur Blockchain und nur die Blockchain kann über die auf dem Guthaben gespeicherten Tokens verfügen. Die Blockchain vergibt Belohnungen aus dem Pool nach den klaren Regeln eines Smart Contracts. Der Smart Contract enthält eine algorithmische Regel zur Belohnung des Nutzers, der die Marktliquidität steigert. Und der Anspruch auf Belohnungen wird durch Sonderanteile, Splits, bestimmt. Splits sind eine Art Token mit einem besonderen Zweck. Sie sollen das Recht des Nutzers auf eine Belohnung bestimmen. Jeden Tag wird eine bestimmte Anzahl der Kryptowährungen im Pool verteilt, die durch die Gesamtzahl der eingefrorenen Split Tokens unter den Teilnehmern verteilt wird. Und je mehr Splits ein Benutzer hat, desto größer ist seine Belohnung. Für jeden Split berechnet die Blockchain täglich die Belohnung entsprechend dem abgeschlossenen Smart Contract. Diese Belohnung ist zeitlich nicht begrenzt. Die Kinder und Enkelkinder der derzeitigen Besitzer von Split Tokens können die Tokens erhalten. Wie wird die Belohnung unter den Pool-Teilnehmern verteilt? Die Höhe der verteilten Belohnung hängt von der Zeit ab, zu der ein Split in der Wallet eingefroren wird, und von der Halving-Periode. Beim Halving handelt es sich um einen Prozess, bei dem das eingehende Angebot an Ultima-Tokens auf dem Markt kontinuierlich halbiert wird. Das Hauptziel des Halving besteht darin, die Inflation der Kryptowährungen einzudämmen, wobei die Ausgabe neuer Tokens reduziert wird. Derzeit werden in jedem Pool täglich bis zu 5 Tokens unter den Teilnehmern gleichmäßig zur Anzahl ihrer Splits verteilt. Dieser Betrag wird durch die Gesamtzahl der von den Teilnehmern eingefrorenen Split Tokens geteilt. Der resultierende Wert wird mit der Anzahl der Split Tokens bei einem Nutzer multipliziert. Und die endgültige Zahl wird in der Spalte für den Berechnungswert der Belohnung angezeigt, auf Englisch My Estimated Reward. Nach dem nächsten Halving halbiert sich der Wert und sinkt weiter. Das bedeutet, dass auch die Höhe der Belohnung sinkt. Deswegen ist es sinnvoll, so früh wie möglich dem Pool beizutreten. Werden Sie Teil der schnell wachsenden Blockchain-Branche. Erhalten Sie Belohnungen mithilfe von Splitting und schließen Sie sich den Millionen von Nutzern an, die sich für Battle Bulls entschieden haben, um auf dem Kryptowährungsmarkt erfolgreich zu sein.